Hallo. Hi. Ja, komm rein. Dankeschön. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut. Sehr. Das Herz geht. Die Pumpe, das ist echt. Ja, das Herz klappt. Stell dich mal ein bisschen vor. Also ich bin Nadine, ich bin 24 Jahre alt, studiere Medizin und jeder fragt mich so, was mich zu arbeiten im Leben, natürlich Arzt werden, natürlich was Wichtiges machen, aber das ist meine Herzenssache. Ich habe mir selber Gitarre beigebracht, selber Klavier beigebracht und ich schreibe auch selber. ein bisschen eigene Liederlappen zu. Super. Ja, dann machen wir mal. Dann sind wir sehr gespannt. Ja. Ich würde heute gerne Beggin singen. Von Manskin. Okay. Manskin. ESC, oder? Wow. Oh, okay, das ganz andere Beggin. Okay. Das ist Italien. Ja, ja, die kennen wir. Es gibt auch das von Madcon, ja. Dann wünschen wir dir viel Erfolg. Also ich bin jetzt sogar selber ein bisschen aufgeregt, weil ich fühle mit ihm mit. Put your loving hand out. Baby. Yeah. Cause I'm begging. Hey. I'm begging, begging you. Put your loving hand out. Baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out. Darling. Riding high. When I was king. I played it hard and fast cause I had everything. But walked away. You want me then. But easy come and easy go. And it would end so. And it's on my feet you let me go. And it's on my seat you let me know. And it's on my feet you let me know. But I plan to see just to let me grow. But I'm on my knees. But I'm begging. Cause I don't want to lose you. Hey, yeah. Ratatata. And I'm begging. Begging you. Put your loving hand out. Baby. Das war nicht gut. Ich fand's sehr gut. Ich fand's eher nicht eher? Ich hab's auch nicht gemocht. Ich hab's geliebt. Ja, ich fand's auch ziemlich schrecklich gut. Das heißt, dreimal ja. Du bist im Recall. Danke. Danke dir. Hier ist dein Recall-Ticket. Ja. Aber mit dem Gitarre spielen, da üben wir noch ein bisschen, ja? Ja. Okay. Danke. Vielen, vielen herrschen Dank. Danke dir. Schönen Tag, ja? Okay. Tschau dir. Mach's gut. Tschau, tschau. 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 Ja. Geschafft, man. Scheiße. Ich kann gar nicht realisieren, was da alles drin passiert ist. Schöne Stimme, also so eine Stimmfarbe haben wir auch nicht gehört. Ja, ganz hell, klar, ganz fein, gut. Das gefällt mir. Ja, Dean hat's geschafft. Er ist großartig. Er muss nur ein bisschen besser Gitarre spielen lernen oder sich entscheiden, dass er einfach nur singen muss. Dean kann sich erst mal feiern lassen. Es geht wieder los. Wir suchen Deutschlands neuen Superstar. Die neuen Folgen findet ihr jetzt auf RTL Plus und auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Stöbern und Zuhören. Vielen Dank.